Diese Bereitschaft im Wettkampf über das Maximum hinauszugehen, die hat man oder hat man nicht. Wenn du es nicht schaffst, okay, dann war es das auch im Sport. Diese Jahre als Junior und dann, wo du zu den Senioren wechselst, das ist die Phase, wo am meisten Talente eben auch verloren gehen. Ich habe meine ganze Energie eigentlich schon vor dem Wettkampf verballert. Der Faktor Kraft spielt eine immer größere Rolle.